ja äh bitte äh ok scharf ist voll ich hätte halt so doof ne? Ich hätte auch einfach die Arme leben lassen können und dann einfach die ganze Zeit auf den Körper angreifen mmmm Reiters BOMM Es wird langsam So die Arme haben hier Wer bist du? Ich kann sich auch mal selber heilen Ich kann sich eher nämlich schneller voll heilen Na 3 Schaden Nääääääh Perfekt, Schlechon Oh, come on! 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 Oh! Oh, come on! ... es ist der Jägermeister in die Klinik den beiden hier röschen der weicht aus älter verdammt viel Schaden mit seinem scheiß Start der weicht aus 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 Ich muss da hin. Mir ist schlecht! Wo ist die Spur noch? Ahem. Guck, 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 guck. Einfach in Ruhe eingeben, dann klappt das auch. Das kann gleich irgendwie möglichst schnell schweißen. Wie viel Spur macht der da mit? Hei! Sehr witzig da. Okay, das war's. Aber der! Guck, 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 guck. Erstmal, dich so wichtig! Der. Der. Werken uns anders. Die anderen! 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 Die anderen!